Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen hier zum Vogelpodcast Kinocast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Hallo, ja hier ist der Erik. Wir haben heute was über Buchfinken gelernt im Vorgespräch. Das entgeht euch leider. Das können nur die hören, die uns auf Patreon verfolgen. Die kriegen dann den extra Content über Vögel, Buchfinken. Ja, aber wir haben natürlich Filme mitgebracht hier im frei verfügbaren Podcast. Wir hatten in der Sneak Preview den Film To the Moon. Und wir haben ja bei uns immer so diese Abstimmung. Empfiehlst du den Film weiter? Und ich habe den tatsächlich letzte Woche schon sehr oft weiterempfohlen. Deswegen, vielleicht sagt das ein bisschen was drüber, wie mir der gefallen hat. Bleibt mal dran. Ihr hört den dann gleich als erstes in der ausführlichen Kritik. Dann war ich gestern mit der Family im Kino in Ich einfach unverbesserlich 4. Ja, Samstagnachmittag in so einen Kinderfilm gehen. Das ist immer nochmal ein ganz besonderes Erlebnis. Und ja, dazu später dann auch mehr. Dann stelle ich euch ein paar neue Trailer vor, die auch auf kinocast.net verlinkt sind. Vielleicht habt ihr die noch nicht gesehen. Vielleicht hört ihr jetzt im Podcast davon und denkt euch, ach, da gucke ich doch mal auf kinocast.net vorbei und schaue mal die Trailer an. Dann gibt es noch ein paar Kino-News. Ich habe zwei Serien angefangen, beide. Nämlich einmal 1923 auf Paramount Plus mit Harrison Ford. Und einmal, Achtung, jetzt bräuchte ich hier so einen Tusch. Kaulitz und Kaulitz. Ich bin ein bisschen late to the party, aber ich würde gerne ein paar Worte dazu sagen. Ich denke mal, der Chris hat es noch nicht geschaut. Höre ich daraus raus? Nein. Nein. Ja, vielleicht hält dich meine Kritik auch weiter davon ab, das zu schauen. Aber vielleicht sagst du dann auch, nee, jetzt gucke ich mal rein. Mal schauen. Aber du wirst uns ja erstmal was zu To the Moon, Fly Me To The Moon Originaltitel sagen. Ja, Fly Me To The Moon ist einfach gut, dass es für Fly Me To The Moon einfach nur noch im Deutschen To The Moon heißt. In Deutschland kennt ja auch niemand den Song, ne? Fly Me To The Moon. Heutzutage glaube ich eh nicht mehr. Genau. Aber ja, To The Moon spielt im Jahre 1900, jetzt muss man helfen. Ja, Ende der 60er, also wo sie die Apollo-Mission planen. Ich glaube, das fängt so an mit der Kennedy-Rede. Den Anfang haben wir nicht gesehen. Achso, stimmt. Okay. Ah, stimmt. Dann fasse ich mal kurz zusammen. Da warst du ja noch draußen. Also am Anfang sehen wir eine sehr schön gemachte Montage über das Space Race, über das Weltraumrennen zwischen Amerika und Russland zur Zeit des Kalten Krieges. Und das sieht man ja auch sehr schön im Film The Right Stuff, deutscher Titel, der Stoff, aus dem die Helden sind. Da ist das ja nochmal im Detail ausgeführt. So ungefähr sieht man es hier in einer kurzen Montage, um einfach die Zuschauer mal abzuholen, die da nicht so tief in der Materie stecken. Also wie fing das an? Der Sputnik ist um die Welt geflogen, hat seine Radiosignale gesendet, die auch in den USA von Radio-Amateuren zu hören waren. Und alle haben natürlich einen Schock gekriegt. Scheiße, jetzt sind die Russen, die können über uns fliegen. Wir müssen hier auch was tun. Und wurde eben das Weltraumprogramm dann auch aufgelegt. Und die Russen, die waren ja den Amerikanern meilenweit voraus. Die Amerikaner hatten so viele Fehlschläge, das hat alles nicht funktioniert. Trotz, dass sie die deutschen Wissenschaftler nach dem Zweiten Weltkrieg rekrutiert hatten, die Raketenwissenschaftler, hat es alles nicht so richtig funktioniert. Und dann war eben, sind ja genau, Juri Gargarin ist ins Weltall geflogen, als erster Mensch die Welt umrundet. Und dann hat eben Kennedy seine berühmte Rede gehalten, wir werden einen Amerikaner zum Mond fliegen oder wir werden einen Amerikaner zum Mond fliegen und wir werden sie wieder sicher nach Hause bringen. Und das Ganze innerhalb dieses Jahrzehnts. Und dann wurde natürlich da jede Menge Geld draufgeschmissen auf, wie es halt immer so ist, wenn so Großprojekte angestoßen werden. Und die NASA hatte halt richtig Geld. Und am Anfang war das so ein kleiner Bastlerhaufen. Man kann es nicht anders sagen. Und die Leitung oder eine der Leitungen ist eben Channing Tatum. Der spielt Cole Davis, der Flight Director. Und der erfahren wir dann, der hat eine Historie als Kampfflieger und wollte eigentlich dann mal Astronaut werden. Und das hat aber aus diversen Gründen nicht geklappt, würde ich mal nicht verraten. Und er bekommt halt dann wahnsinnig viel Geld dafür, dass er dieses Apollo-Programm auflegen soll und das Ganze managen soll. Allerdings sind da wirklich noch nur ein Haufen Nerds bei der NASA und die kriegen eigentlich nichts so richtig hin. Und dann kommt man auf die Idee oder ein... Jetzt kann ich wieder einsteigen, jetzt weiß ich es dann auch. Okay, ich wusste nicht bis wann, okay. Ja, ja. Man kommt nämlich dann auf die Idee, okay, vielleicht müsste man das Ganze so ein bisschen marketingtechnisch pushen. Ja, genau, weil es ja viele Fehlschläge waren und das kostet ja den Steuerzahler eine Menge Geld und es braucht einfach ein besseres Image. Und das Problem nebendran, neben diesem, ja, dass es Geld kostet und Fehlschläge gibt und weiß ich was, ist dann auch noch der Krieg in Vietnam, der natürlich die Medien beherrscht zu dieser Zeit. Und das ist so ein bisschen, ja, also die NASA ist so ein bisschen angekratztes Image, braucht Geld eigentlich, braucht auch sichergestelltes Geld und soll gleichzeitig irgendwie das Weltraumrennen gegen Russland gewinnen. Und man setzt dann Moe Berkus, gespielt von Woody Harrelson, an, auf Kelly Jones. Kelly Jones ist eine Marketing-Expertin, die schon zu Beginn, also das ist das Erste, was ich gesehen habe, ist, dass sie bei Ford sitzt. Richtig? War Ford? Naja, sie hat eine Marketing-Agentur und Ford ist quasi einer ihrer Kunden zu dem Zeitpunkt. Oder wird dann einer ihrer Kunden, sagen wir es so. Weil sie denen halt alles mögliche verkaufen kann und so ein bisschen auch gut recherchiert hat und sehr gut vorbereitet in das Gespräch mit den Top-Managern geht. Und trifft dann in der Bar eben auf Moe Berkus oder vielmehr, er stellt ihr sozusagen nach. Also vielleicht sagen wir noch, dass Kelly Jones gespielt wird von Scarlett Johansson. Und er bringt dann erstmal auch den Deal mit Ford zum Scheitern und sagt, hey, wir brauchen sie hier bei der NASA. Und sie überlegt es sich dann, wie und was und lässt sich aber dann tatsächlich drauf ein, sitzt dann zu einem kleinen Diner, wo dann, das ist auch eine Szene aus dem Trailer, wo ihr Cole Davis dann das erste Mal begegnet. Und man sieht schon so ein bisschen so, oh, da könnte eventuell so, da besteht beidseitiges Interesse, aber man bleibt natürlich professionell und was weiß ich, was alles. Und die wissen allerdings voneinander nicht, wer der andere ist. Und das ist so ein bisschen die Romanze, die sich da anbahnt. Und der Plan eigentlich ist, dass Kelly Jones, die auch eine eher andere Vergangenheit hat, sagen wir es mal so, die NASA in besserem Licht darstellen lässt, die NASA pusht und eben auch sicherstellt, dass die Gelder fließen für die NASA. Bis eben zu dem Zeitpunkt, als Moe mal wieder kommt und sagt, hey, pass auf, das Ganze ist ziemlich heiß, weil nachher funktioniert es nicht, deswegen werden wir eine fingierte Mondlandung drehen. Also als Plan B, die wird inszeniert und die wird dann aber auch über den TV-Sender laufen. Was sie natürlich komplett in Gewissenskonflikte bringt, weil sie ja sehr gerne mit Cole Davis zusammenarbeitet. Und an der Stelle auch noch erwähnen, Henry Smalls, der von Ray Romano gespielt wird. Wer dem Namen noch was sagt, Ray Romano, der hatte eine eigene Sitcom. Alle lieben Ray, schon mal gehört? Oder alle lieben Raymond? Ja, da schon, was ich da, wo ich ihn da schon richtig gut fand, lief von 96 bis 2005. Ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt, tatsächlich in der Rolle, aber das ist so, ich finde, der spielt das überragend gut. Und ist eben dann auch mit fingierten Interviews mit den Leuten und unter anderem auch Henry Smalls, der dann irgendwas sagt, ja, das war immer mein Traum, zum Mond und bla bla bla. Und der hockt vor dem Fernseher und sagt, das bin ich gar nicht, das rede ich gar nicht, was machen die da? So, ja, eure Mitarbeiter wollten ja nicht oder durften nicht, deswegen habe ich mir halt Schauspieler geholt, um das zu vermarkten. Und eben um diese Mondlandung, diesen Plan B umzusetzen, holt sie sich noch mit Lance, gespielt von Jim Rash, einen Regisseur daher, weil sie haben überlegt, ob sie Kubrick holen, aber den wollten sie dann nicht, weil vielleicht doch zu groß oder schon ein Name dann auch war. Und deswegen soll Lance das alles so ein bisschen inszenieren mit seiner ganz eigenen Art und auch das ist schon für sich ein Stück Comedy pur teilweise, wie der auftritt und wie der sich verhält. Einfach herrlich und ja, es wird dann tatsächlich in der abgelegenen Halle eben dieses Set aufgebaut, aber wie es dann im Endeffekt ausgeht, was passiert und so, lassen wir uns mal offen, weil das wäre zu arg gespoidert. Aber insgesamt ist es ein, für mich war es ein Film, der von der Chemie der Hauptcharaktere unglaublich profitiert hat noch. Also die fand ich richtig gut, also Channing Tatum und Scarlett Johansson haben eine sehr, sehr gute Chemie entwickelt, genauso wie Woody Harrelson in der Gruppe da auch noch mit rein. Ray Romano und Channing Tatum fand ich auch einfach, einfach goldig zusammen irgendwie. Und so insgesamt dieser ganze Film hat, ja, hat Teile von einer Komödie, hat Teile von einer Romanze, wobei das echt dezent gehalten ist, finde ich. Es ist nicht so im Vordergrund und auch so ein bisschen Drama und alles Mögliche dabei. Es wird einiges so ein bisschen reingeworfen, aber an sich eine coole Story, cool umgesetzt, echt getragen auch von überzeugenden Schauspielern und also an sich, für mich ein absolut sehenswerter Film. Wo du richtig gemerkt hast, okay, der ist ja produziert von Apple, die haben den ja in Schinken ins Rennen und du merkst, Apple scheißt da, Entschuldigung für den Begriff, scheißt da wirklich Geld rein. Die haben ja auch viel Erfahrung, die haben ja hier For All Mankind, die Serie und so, also gerade, sagen wir mal so die Special Effects hier aus der Zeit kriegen sie schon ganz gut hin. Haben sie wahrscheinlich sogar dieselben Sets recycelt. Kann, kann gut sein, aber wie gesagt, manchmal ist es ja so, du hast einen Haufen Geld und schmeißt den da rein und hinten kommt halt einfach nur Mist raus und in dem Fall ist es absolut nicht so. Also zwei Stunden, elf Minuten ist schon ein Brettchen, aber der Film braucht diese Zeit, nimmt diese Zeit und ist zu keiner Sekunde, für mich zumindest war zu keiner Sekunde langweilig, sondern es war ein schönes Fahrtempo. Es war immer wieder gespickt mit so wirklich echt unglaublich schönen, witzigen Situationen, tollen Szenen, tollen Bildern und eben, ja, der, der, der Chemie, die zwischen Janning Tatum und Scarlett Johansson entstanden ist da, also großartig. Mir hat's, mir hat's richtig viel Spaß gemacht. War halt auch angenehm untypisch, diese, diese Romanze, sag ich mal. Also es fängt halt nicht wie einen typischen amerikanischen Film an, die treffen sich in einer Bar und landen im Bett oder so und, oder solche Geschichten, sondern das, das baut sich so langsam auf, das ist so richtig schön. Mit Stil sogar. Das ist das Nächste. Ich mochte sehr viel an dem Film. Ich mochte sehr diesen, ich nenne es mal so diesen Tech-Nerd-Humor, der da so drin steckt und diesen, ja, diesen Culture-Clash zwischen, zwischen diesen Tech-Nerds, die da, also wo da die, die Scarlett Johansson, die ja wirklich verdammt gut aussieht, wo die da reinschneit und die alle so, so richtig so, so starstruck, nicht starstruck, aber so als sehen sie zum ersten Mal so eine Frau aus der Nähe, so die ganzen Nerds da. Da waren so viele so coole Sachen drin und sie bringt ja auch noch, noch irgendwie eine Assistentin mit und die, die nähert sich dann dem einen so ein bisschen an und der ist halt total so, also da weißt du genau, die, die haben da noch nicht viel Kontakt mit, mit Frauen gehabt und ach, da waren einfach so viele schöne, humorvolle Sachen drin und war auch sehr viel, ähm, sag mal Weltraum und NASA Herzblut drin, also hast du auch gemerkt, dass, dass da auf jeden Fall, wenn sie dann drüber geredet haben, über die Weltraumflüge und sonst was alles, da, da war so richtig viel so hart drin, so, ja, es war so schön einfach, Soundtrack war auch geil, so richtig schön zeitgemäß und toll gedreht und ich weiß gar nicht, der hat bei IMDb, äh, eine 6,8 von 10, was ja eigentlich eher so ein Durchschnittsfilm ist, wundert mich so ein bisschen, also die, ich hab auch mal drunter geguckt, aber da ist jetzt keiner, der den so richtig niedrig bewertet, der da mal eine Kritik geschrieben hat oder so, deswegen weiß ich gar nicht, was da so die, ähm, die großen Kritikpunkte sind, weil die, die eine Kritik geschrieben haben, die liegen so zwischen, zwischen 7 und 10, ah, warte mal, hier ganz unten kommen, welche mit einer 6? Hm, naja, nee, aber eigentlich auch keine wirklichen Kritikpunkte drin, hier 5 von 10. Ja, ähm, okay, wenn man natürlich was anderes erwartet hat, dann ist man da vielleicht enttäuscht, ähm, wir haben ja gar nichts erwartet, weil wir wussten ja nicht, was kommt und sind einfach positiv überrascht worden, ja. Ja, okay, dann, deswegen, also für mich, für mich echt einer der absoluten Highlightfilme dieses Jahr. Auf jeden Fall, in der Sneak sowieso, ja. Sneak, ah, mega. Ja, Megafilm, mega. Und ich hab ja erst gedacht, der kommt vielleicht gar nicht ins Kino, sondern, äh, landet vielleicht direkt bei Apple TV, aber, der gehört da rein, von, von den Bildern her, von, gehört auf die große Leinwand, hat er auch verdient, da, dass, dass sie ihn bestimmt nochmal mehr sehen und zu Hause kann man den immer noch ganz gemütlich auch wirklich gucken. Weil, da macht man nichts Falsches. Keine Zeitverschwendung, toller Film. Ich fand auch, Channing Tatum hat hier zum ersten Mal richtig gut gespielt. Also, der spielt eigentlich immer so die, die gleiche Rolle, aber hier hat er ihm wirklich mal was anderes zeigen können, fand ich. Also hier, so diesen etwas ernsthaften Wissenschaftler, ich hatte so ein bisschen Bedenken, ja, okay, der spielt jetzt einen Wissenschaftler, okay, dann ist es wahrscheinlich, äh, ja, der spielt dann so ein bisschen dumm oder irgendwas. Nee, gar nicht, weil, ähm, er ist ja nun mal, hat ja nun mal sehr viele Muskeln und, äh, sieht nun mal ein bisschen aus wie jemand, der vielleicht nicht so gebildet ist, vielleicht, äh, der eher ins Fitnessstudio gegangen ist anstatt auf der Uni, ähm, sondern, ja, das hat er echt gut rübergebracht, so seine, seine Ernsthaftigkeit und seinen, seinen Hintergrund. Und er hat auch ein paar starke Szenen, fand ich wirklich, also wahrscheinlich bis jetzt der beste Channing Tatum-Film als Schauspieler, mhm, und, äh. Ja, wie gesagt, das war, war eine komplett runde Sache. Scarlett Johansson hat ja mitproduziert, der Regisseur Greg Berlanti, den kennen wir aus der Sneak, äh, aus Love, Simon, hatten wir den schon mal. Mhm. Und der hat aber auch sehr viel im TV-Bereich gemacht, der hat zum Beispiel für The Flash, für die Serie, äh, war als Producer tätig und hat auch die Pilotfolge inszeniert für Arrow. War als, ähm, als Produzent tätig, ähm, Green Lantern und, ja, den kann man sich auch mal ein bisschen vormerken, jetzt, ähm, mit diesem, mit diesem Film in seiner Vita und, ja, echt guter Film. Also, von mir kriegt er 8,5 von 10, auf jeden Fall, hat mir wirklich gut gefallen. Ich bin tatsächlich bei 9, ich hab schon überlegt, ob ich noch höher gehe, aber 9 auf jeden Fall ganz safe, 9 von 10, weil, äh, ein absoluter Top-Film mit, mit sehr viel Charme, sehr viel Chemie unter den Hauptcharakteren und einer tollen Story. Deswegen, kann man mal machen. Ja, noch Zusatzinfos, ähm, weil du ja vorhin Kubrick erwähnt hattest, es gibt eine, eine Doku von, aus dem Jahre 2001, ähm, die heißt Kubrick, Nixon und der Mann im Mond. Und die hat damals schon ganz schön was ausgelöst gehabt, weil, dass es richtig dokumentarisch aufbereitet mit wirklich vielen Leuten, die da zu Wort kommen. Ähm, aber diese ganzen Interview-Snippets, ähm, die sind alle falsch zitiert, falsch zusammengesetzt, ähm, und dann sind zwischendrin noch so Fiktionen reingemischt in diese, in diese Doku. Und der, der Tenor ist halt, dass Kubrick, äh, die Mondlandung gefilmt hat, ja. Und das greift halt dieser Film halt auch so herrlich auf und, äh, aber die Doku kann man sich echt mal angucken. Ich hab's gerade mal ein bisschen hier gesucht. Es gibt die wirklich in voller, äh, ganzer Film auf YouTube. Und ich werde es auch mal mit verlinken. Kann man sich gern mal anschauen, wie Fakten manipuliert werden können, Bilder manipuliert werden können. Das war damals 2001 halt schon so ein Ding. Ähm, ich kann mich erinnern, das war ja auch so in der Anfangsphase vom Internet. Na, das Internet gab's zwar schon, aber es sind halt dann viele dazugekommen, die wenig Erfahrung hatten mit irgendwelchen Bullshit, der durchs Internet geistert. Und, ähm, als dann auch die Doku, die konnte man dann auch irgendwie über so einen Realplayer oder so sich im Internet anschauen. Und dann gab's natürlich wahnsinnig, ja, hier, da ist der Beweis und so. Und, ja, irgendwelchen Foren und sonst was. Also, genau, also wirklich, das ist ein gutes Beispiel, äh, wie man sowas aufziehen kann. Wie man Interviews in falschen Zusammenhang setzen kann, dass es anders klingt und so. Wirklich ein sehenswertes Ding. Okay. Ähm, dann gucken wir doch mal. Mal, was so getippt worden ist für die kommende Sneak Preview. Jetzt ist es ja auf kinocast.net in der neuen Rubrik Sneak Preview Stuttgart, die ich da oben in dem Menü eingefügt habe. Und wie war denn da der Tipp für nächste Woche, Chris? Erstmal da sagen, erstmal, Erik, danke dafür, dass du das gemacht hast. Und wenn man es jetzt auch schon sieht, also wir haben aktuell bei den Filmempfehlungen, oder du empfehlst den Film weiter, so bei 34 Stimmen. Das ist halt ungefähr das Dreifache von dem, was du sonst hattest. Oh, bei mir sind es noch 33, ich muss mal nochmal einmal refreshen. Ja, bei mir sind es 34, deswegen. Also, also top, 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 top. Scheint zumindest jetzt am Anfang gut angenommen zu werden. Wir werden da weiter die Werbetrommel für rühren. Und der Tipp für die Sneak 1225 am 15.07. lautet, das habe ich mir anders vorgestellt, 2.0. Ja, und da ging relativ schnell, nachdem ich das Posting gemacht hatte, ging vom Alex ein Tipp ein, nämlich um 6.47 Uhr früh, das kann man hier sehen. Der hat geschrieben, It Ends With Us. Und da ist der deutsche Titel, ich habe dann drunter den Trailer verlinkt, der deutsche Titel davon ist nur noch ein einziges Mal. Und dann habe ich getippt, 2 zu 1 heißt der Film, wegen 2.0 und so vielleicht, weiß nicht. Ist auf jeden Fall von einem Verleiher, der ganz gut passt, der schon viel gesneakt hat. Der erste Tipp übrigens auch, also die Sony Pictures hatten wir auch relativ viel in letzter Zeit. Der Martin, der sehr häufig tippt, der hat ISS getippt, diesen Film über die internationale Space Station. Da hätten wir dann zwei Weltraumfilme hintereinander, das wäre natürlich auch... Bin ich voll fein mit. Ist ja dann quasi, jetzt haben wir Juli, wie könnte man das nennen, Space July, irgend sowas, ja. Wobei der Trailer sieht nicht besonders aus, da geht es irgendwie darum, dass sie da zwei Teams bilden von den Astronauten, die da im Weltall sind und die sollen sich halt irgendwie gegenseitig dann, also was natürlich Quatsch ist, weil sie müssen eigentlich alle zusammenarbeiten, aber gut. Ich habe noch zwei Bonus-Tipps gemacht hier, weil ich habe dann doch nochmal ein bisschen drauf rumgedacht, auf diesen 2.0 und einer, der anläuft, der passen könnte auch wegen Filmverleih, der relativ häufig sneakt, ist Twisters, der Twister 2.0 sozusagen. Das könnte auch wegen dem Tipp passen oder es könnte auch passen mit No Way Out, der neue M. Night Shyamalan-Film, der ja Six Cents gemacht hat, weil da geht ja der Josh Hartnett auf so ein Konzert mit seiner Tochter und dann wird das ganze Ding abgeriegelt, weil die Polizei einen Mörder sucht, der sich da drin befinden soll. Und das hat er sich halt anders vorgestellt, da diesen Konzertbesuch könnte auch passen vom Tipp her, also ich habe mal noch ein bisschen was mit reingehauen und ihr könnt, wenn ihr auf kinocast.net geht, den Beitrag aufruft, wenn der ein bisschen nach unten gerutscht ist, weil ich ja Trailer gepostet habe, dann klickt einfach oben im Menü, wie es jetzt mobile aussieht, weiß ich nicht, da gibt es auch irgendein Menü, dann klickt einfach in dem Menü auf Sneak Preview Stuttgart und dann kommt der Beitrag. Dann könnt ihr auch schauen, denn in den, in den Kommentaren sind auch die ganzen Trailer mit verlinkt, kann man direkt daraus starten, die YouTube Trailer, ja. Okay, machen wir dann jetzt am Morgen dann wieder, jetzt wo ich weiß, wie es läuft, kriege ich es vielleicht sogar direkt noch nach der Sneak hin, hängt davon ab, wie lange der Film ist. Machen wir erstmal weiter mit den Kino Charts in Stuttgart, den offiziellen Innenstadt Kino Charts. Und den Neustarts der Woche. Meinen anderen gesehenen Film mache ich dann nach. So, was, die Charts, warte mal, ich habe hier irgendwo die E-Mail auf. Platz 5 ist Maxine mit Triple X. Wir hatten ja den Film Pearl in der Sneak Preview gehabt und das ist jetzt quasi die Fortsetzung, wo sie dann nach Hollywood geht. Genau, dann ist Platz 4 hinter guten Türen, war eine Sondervorstellung und ältere Filme und der ist dann raus, sehe ich das richtig, weil dann machen wir nämlich weiter mit Bad Boys Ride or Die. Ja, ich würde mir eine bereinigte Liste wünschen hier, das ist alles, dann nehme ich an, dass dann Killer Romance ist dann Platz 2,5, 3, die 2 ist ich einfach unverbesserlich 4. Ja, der ist ja jetzt erst gestartet, genau, das war ja, das war ja quasi das halbe erste Wochenende, wenn ich das hier richtig sehe, sozusagen. Und Platz 1 immer noch Alles steht Kopf 2, der ja auch super sein soll. Ja, hat Killer gesehen, hat gesagt, der ist super. Stimmt. Ich habe auch einen Film gesehen, ach nee, halt, wir machen ja erstmal die Neustarts, stimmt. Ich bin schon voll hier drin, die Neustarts. Er meckt schon, Erik ist richtig heiß. Ja, ich muss hier einfach, es startet diese Woche Deadpool and Wolverine und, ich habe es gesehen, in den Innenstadtkinos Stuttgart, was? Achso, Deadpool Wolverine startet am 24. Ja, nee, folgende Woche Mittwoch, aber ich habe gesehen, in den Innenstadtkinos Stuttgart, wenn ihr den Film in einer anderen Version schauen wollt, dann guckt unbedingt mal bei den Innenstadtkinos Stuttgart vorbei, denn die haben, glaube ich, vier verschiedene Versionen, also ich rede jetzt nicht nur von 3D und Atmos und sowas, sondern Sprachversionen. Die haben eine Version sogar auf Ukrainisch, dann haben sie eine Version in OV, im englischen Original und dann noch irgendwie, ja, also schaut da ruhig mal rein, wenn ihr das gerne in eurer Muttersprache sehen möchtet, synchronisiert, ja. Ja. Du bist dran. Ich bin dran. Ah, entschuldige, ich habe dich ja hier gerade verbessert, deswegen bin ich nicht sicher. Es startet dann auch Love Lies Bleeding, ein Liebesfilm, ein Liebesfilm-Thriller, trifft Romanze in dieser A24-Produktion mit Kristen Stewart, Katie M. O'Brien und Ed Harris. Und da haben wir ja, oder vielmehr ich, habe ja da in der Sneak schon diese Höschen verteilen dürfen zu dem Film. Ja, worum geht es da? Geht es um eine lesbische Liebesromanze von zwei Gangsterinnen auf der Flucht, wenn ich es richtig gesehen habe. Die verschlossene Fitnessstudio-Managerin Lou frisst du dann eher ödes Dasein in ihrer Kleinstadt in New Mexico, Ende der 80er Jahre. Okay, ja. Ja. Die ist ja eine A24-Produktion, da wissen wir ja, das ist immer so ein bisschen abseits. Eine A24-Produktion. Ja, was habe ich gesagt? A24. Ja, das ist ja eine amerikanische Filmproduktion. Die nennen sich bestimmt nicht A24. Genau, da hatte ich auch so die Befürchtung, ich muss hier sagen Befürchtung, weil ich habe den Trailer gesehen, ich glaube der Film reizt mich überhaupt nicht. Die Befürchtung, dass der in das Sneak kommt. Könnte sogar passen auf den Tipp mit den 2.0, das habe ich mir anders vorgestellt. Aber gut, es startet auch noch ISS, das habe ich ja schon kurz zusammengefasst. Ach genau, da bricht der Weltkrieg auf der Erde aus und auf der ISS sind ja auch Amerikaner und Russen, die sich dann dort bekämpfen. So war es nämlich, genau. Naja, 95 Minuten. Ja, das wäre ganz entspannt. Dann Juliette im Frühling, französische Grafik-Novell-Verfilmung über eine chaotische Familienzusammenkunft in der Provence. Habe ich in meiner Bubble Gutes davon gehört. Soll echt witzig sein und gut sein. Eine gute Umsetzung von der Graphic-Novel, die ich nicht kenne. Die anderen Sachen überfliegen wir, glaube ich mal. Skywalker, eine Liebesgeschichte, ich glaube, der startet nicht, oder? Mal gucken, hier bei Filmstarts.de steht nichts drin. Warte mal, nee. Verbrannte Erde. Verbrannte Erde. Deutscher Thriller und zweiter Teil von Thomas Arslans Trojan-Trilogie über einen Kunstraub. Dann noch ein Anime, Blue Lock, der Film-Episode Nagi. Wollen welche für die japanische Nationalmannschaft Fußball spielen? Dann ein Dramafilm, immerhin die Kunst. Eine Doku und ein Familienfilm, Dancing Queen. Ein norwegischer Kinderfilm um die schüchterne Mia, die bei einem Tanzwettbewerb mitmacht. Ja, ich glaube, das war es dann. Kommt nichts weiter. Da traut sich auch keiner so richtig, was Deadpool entgegenzusetzen. Ja, das wäre... Da haben sie ein bisschen was anderes noch. Sehr mutig, sagen wir es mal so. ISS so ein bisschen und dieser Film mit Kirsten Stewart, die hat ja einige Fans. Na gut, ich glaube, jetzt bin ich final dran, oder? Jetzt darfst du, ja, jetzt darfst du. Ich einfach unverbesserlich 4 Despicable Me 4. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Teil 3 gesehen habe. Aber mein kleiner Junge hatte gestern Geburtstag und der durfte sich natürlich aussuchen, was er an dem Tag machen möchte. Und seine große Schwester, die ist nicht da gewesen, die ist bei ihrem Freund. Deswegen war es quasi nur Mama, Papa und der Kleine. Und der konnte sich natürlich alles aussuchen, was er gerne möchte, wo er gerne essen gehen möchte. Für die, die es interessiert, das wurde das Peter Pane in Stuttgart. Da gibt es nämlich leckere Burger für Kinder und Pommes und so. Und dann sind ja die Innenstadtkinos gleich in der Nähe und er wollte gerne ins Kino gehen. Und ja, Alles-Schied-Kopf 2 haben sie ja schon vor zwei Wochen geschaut. Und deswegen wurde es dann ich einfach unverbesserlich 4. Und da musste der Papa natürlich mit. Und haben wir uns durch schöne Sitze geklickt. Nicht Reihe 14, 15, 16, sondern Reihe 14, 9, 10 und 11 hatten wir schön in der Mitte im Gläuer 1. Und ja, Despicable Me 4. Chris, wie sattelfest bist du bei diesem ganzen Despicable Me? Ich weiß, dass es Gru gibt, dass Gru die drei Mädels Dingsen adoptiert hat. Dann die eine Agentin, wo er geheiratet hat. Und mit der hat er, glaube ich, auch schon ein Kind. Und dann gibt es noch diesen Hund und es gibt ganz viele Minions. Genau. Hast du gegessen? Nee, das reicht schon erstmal um den Film. Weil ich glaube nämlich, ich habe den dritten Teil nicht gesehen, weil es ging irgendwie darum, dass die beiden in so einem Haus, in dem Haus wohnen, wo er halt immer gewohnt hat. Und dass da irgendwie dieser Agent von dieser TCA oder wie das heißt, dass er für die arbeitet als Undercover-Agent oder so. Das muss wohl im dritten Teil etabliert worden sein. Und man sieht ihn mal am Anfang, er geht in so ein grusliches Schloss. Das sieht fast aus wie irgendwo ein Karpaten. Ist aber relativ in der Nähe, weil da gehen sie später nochmal hin und da fliegen sie mit einem Ballon hin. Das geht relativ schnell. Also es muss irgendwo in den USA sein. Und da sehen wir dann, das ist eine Schule für Superschurken. Eine Superschurken-Schule. Und da ist ein Klassentreffen. Und da geht Gru hin und trifft dort einen seiner alten Widersacher. Nämlich Maxine hieß der. Oder wie hieß der? Jetzt habe ich den Tab zugemacht. Maxine, genau. Französisch. Der hat doch die ganze Zeit mit einem französischen Akzent. Und wie es halt meistens so bei böse Wichern ist, die sprechen mit einem französischen Akzent. Und den trifft er da wieder. Und dann, der hat sich wohl die ganze Zeit, also die Storys werden wirklich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil natürlich langsam die Ideen ausgehen. Und da wird halt so ein alter Feind, von dem du vorher noch nie was gehört hast, der wird halt wieder reaktiviert. Und das ist jetzt der böse Feind. Und dieser böse Feind, der hat schon ein Serum genommen. Das ihn in eine Kakerlake verwandelt. Sieht da ein bisschen aus wie Doc Ock mit so langen Greifern und so. Und der will natürlich die Welt an sich reißen und mit Kakerlaken und so weiter. Hat auch eine Kanone gebaut, wo er Menschen in so Kakerlaken mutieren kann. Und ja, dass sein großes Ziel ist aber erstmal seine Widersacher, Gru, eins auszuwischen. Er will nämlich das Baby. Und Gru hat nämlich jetzt ein Baby bekommen mit seiner Frau. Das erfahren wir dann auch am Anfang. Und das Baby möchte er stehlen und will das selber erziehen und will das quasi, ja, für sich haben, sozusagen. Kidnapping, sozusagen. Allerdings bekommen die das irgendwie mit. Und die TCA schafft ihn in ein Safehouse nach May. Mayflower oder so heißt diese Stadt. Das ist so eine ganz friedliche, verschlafene Stadt. Das wirkt so ein bisschen wie Truman Show. So wirklich, wo alle so, hallo, Herr Nachbar. Hallo, ja, alles Gute. Also wirklich so eine Gans. Und da kommen die natürlich rein und bringen da jede Menge Unordnung mit. Und sein Nachbar, der ist auch so ein übelster Spießer. Und an dem wandelt er sich auch ein bisschen an. Mit dem will er Tennis spielen. Und die Tochter von dem Nachbarn, die ist ein bisschen creepy. Die findet auch dann irgendwann raus, dass er ein Superschurke ist und will mit ihm Dinger drehen. Und ja, natürlich die Minions sind wieder mit am Start. Und die Minions, die werden alle in dieses Superhelden-Hauptquartier, in dieses TCA gebracht, weil sie dort ausgebildet werden sollen, damit sie eben nicht mehr so viel Scheiße bauen, damit sie ein bisschen was lernen. Und das geht natürlich ein bisschen schief. Und aus vier von diesen Minions machen sie dann so eine Art Superhelden. Also einer, der hat dann in seiner, der, der so ein Auge hat, der hat dann so eine Art Laser vorne dran, mit dem er da quasi durch die ganze Erde durchschießen kann. Und einer wird so in so einer Art, wie hieß der bei den Fantastic Four, der so eine Haut hatte, wie so eine aufgerissene, verbrannte Erde, so ähnlich. So ungefähr sieht der aus, aber halt so rund. Dann einer ist quasi wie so ein Gummi-Mensch, wie so ein Gummi, der kann halt so sich ganz lang strecken und überall durchquetschen. Und ja, und die werden halt auch mit angehört. Und letzten Endes, der Bösewicht entführt natürlich das Baby. Und dann müssen wir das Baby wiederholen. Und die Nachbarin, die Nachbarstochter, die möchte gerne auch langsam was Böses machen und will da irgendwie ein paar mehr Riten sammeln. Und die will das Schulmaskottchen von der Superschurkenschule entführen. Und da soll Gru dabei helfen, weil er sich ja dort auskennt. Und es sind ganz viele so Nebengeschichten, die da zusammengeführt werden und irgendwie parallel laufen. Und letzten Endes dient es eigentlich nur dazu, wenn man wirklich ganz realistisch ist, dass eher so, ich nenne es mal Sketche, aneinandergereiht werden, die irgendeine gewisse Thematik haben, wo halt, was weiß ich, irgendwelche Minions versuchen, da in irgendeinen Essensautomaten, wo Süßigkeiten drin sind, reinzukommen. Und dann passieren lustige Sachen. Oder wo dann, was weiß ich, der Gru versucht, in dieses Baumhaus von der Superschurken-Nachbarin hochzukommen. Und dann passieren lustige Sachen. Also für Kinder, also die Kinder bei uns im Saal, die haben echt viel Spaß gehabt. Neben mir waren auch ein paar, ja, nicht ganz Erwachsene, nenne ich es mal. Wie alt werden die gewesen sein? Denn, ich weiß nicht, ja, vielleicht Teens, die hatten auch noch so ein bisschen Spaß und so. Aber ich glaube, ab einer bestimmten Altersgrenze sitzt man da und denkt sich, ja, hm, das war ja jetzt gar nicht lustig. Und das ist alles so dermaßen übertrieben, weil natürlich auch die Figuren alle so überzeichnet sind. Das sieht man ja schon an denen. Und das ist alles so heftig und schnell. Aber das ist ja heutzutage so, ne? Die Kids heutzutage, die haben ja eine Aufmerksamkeitsspanne von einem TikTok. Und da musst du halt immer irgendwas bringen. Irgendwie muss es knallen und fetzen und das muss passieren. Und da muss jemand in die Kamera schreien. Ja, das ist nicht mehr meine Art Film, auch bei Animationsfilmen. Ich meine, man sieht ja, wie Pixar zum Beispiel Filme macht. Die sind ja ganz anders. Hier ist halt wirklich eher so eine Aneinanderreihung von lustigen Szenen, absurden Szenen, weil es ist teilweise völlig übertrieben, was hier passiert. Und gerade wenn diese Mega-Minions dann loslegen, was die alles so machen. Ja, kann man sich mal angucken. Warte mal, jetzt gucke ich mal hier, was der bei IMDb gekriegt hat. Der hat 6,3. Guck mal, der ist relativ nah an To The Moon, fand ich aber deutlich schlechter. Das ist aber seltsam. Aber gut, ich meine, das Minion-Zeug hat sich leider so ein bisschen ausgelutscht. Also die haben ja schon einen absoluten Kultstatus irgendwie erreicht. Durch ihre Art, durch das Sprech und alles. Also das sind die, denke ich, absolute Kultwesen im Kinobereich und im Filmbereich. Aber irgendwann ist es halt auch mal gut. Also dann musst du nicht auch noch mit irgendwas nochmal nachsteuern. Nochmal einen Film, nochmal einen Film. Und vor allem, wenn du halt keine neuen Ideen hast mehr, dann wird es halt langsam. Weil das klingt jetzt so, als ob es alles schon mal da gewesen wäre. Mit, oh, ich will das Baby haben. Oh, ich entführe das. Oh, also, ja, okay. Ja, es ist ja keine, es ist ja kein Minions-Film. Die gibt es ja extra. Es ist halt wirklich hauptsächlich ein Crew-Super-Schurken- oder Superhelden-Film. Und die Minions sind halt auch in so Zwischenszenen halt immer mal mit drin. Aber wird der Film von Gru getragen oder von den Minions? Der wird komischerweise eher von dieser Nachbarin getragen, von der jungen Dame. Okay. Fand ich, weil die hat nur mit so die besten Szenen gehabt. Weil die anderen waren so, naja. Ah ja, vielleicht mal so was zu den deutschen Sprechern. Was ich auch gut fand, denn war mir bei Animationsfilmen bis jetzt noch gar nicht so bewusst. Hier stehen die deutschen Sprecher richtig fett als Credits am Anfang da. Wirklich fett, weil ich habe gedacht, hä, Oliver Rohrbeck stand auf einmal da. Der spricht nämlich den Crew. Martina Hill spricht eben die Lucy. Dann Lana Finn-Marty, das ist so eine Sängerin. Die spricht die Poppy, hier die Nachbarin halt, die Superschurken-Nachbarin. Dann, wer auch noch mit dabei ist, Knossi, Jens Knossi-Knossala. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wen der spricht. Weil ich habe es nur gesehen als Name. Und es ist mir nicht aufgefallen, weil ich kenne ja so ein bisschen seine Stimme. Aber der spricht tatsächlich diesen französisch, mit französischem Dialekt sprechenden Maxim. Und da muss ich sagen, hallo, also nicht schlecht. Hat er wirklich gut gemacht. Ich finde es natürlich an sich doof, dass jetzt immer super Schurken irgendwie französischem Dialekt sprechen müssen. Irgendwie so, ja, wir müssen denen mal einen anderen Dialekt geben. Wir müssen mal gucken. Im Original wird ja gesprochen von Will Ferrell. Wobei ich mich da frage, spricht Will Ferrell dann die ganze Zeit mit französischem, englischem Akzent oder so? Also wenn es den dann im Streaming irgendwo gibt, werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen. Oder vielleicht gucke ich mir, vielleicht reicht mir der Trailer. Mal gucken. Ja, ansonsten, Knossi hat das schon ganz gut gemacht. Der ist ja kein Synchronsprecher. Deswegen hat er ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Sehr übertrieben. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich da für eine Wertung. Ich gebe ja als Erwachsener eine Wertung. Ich gebe mal 5,5 von 10. Das ist, denke ich mal, ganz gut. Wie gesagt, den Kindern hat es total Spaß gemacht. Also meinem Sohn hat es total gut gefallen. Ich glaube, der wäre da ganz weit vorne mit der Wertung. Deswegen, ich bin nicht die Zielgruppe dafür. Wenn ihr Eltern seid und habt da so Kinder, mein Junge ist jetzt zwölf geworden, dann könnt ihr da locker reingehen. Ich glaube, das gefällt runter. Da waren Kinder, die waren vielleicht sechs Jahre, die haben sich total weggeschmissen vor Lachen und so. Weil natürlich gerade dieses Übertriebene und was da alles so passiert, das ist natürlich genau das, was Kindern gefällt. Und genau, die verstehen halt teilweise noch nicht so die ganz tiefgründigen Sachen, die in manchen anderen Animationsfilmen sind. Aber hier, so ein Spaßfilm, ein Popcornfilm. Jo, empfehlenswert. Und das Kino war sehr voll, obwohl es sehr teuer war am Samstagnachmittag. Und zwar in der Nachmittagsvorstellung. Ich weiß noch gar nicht, wie es abends aussieht. Also ich denke mal, nächste Woche ist der... Abends sind wahrscheinlich weniger Kinder drin, oder? Das kann sein. Vielleicht dann mehr Erwachsene oder so. Vielleicht jetzt im Kino seid ihr auf jeden Fall auch sicher vor Hagel. Und die Klimatisierung ist auch okay. Deswegen geht ins Kino. Guckt euch den an. Ich einfach unverbesserlich vier, wenn ihr Familien... Jetzt sind ja schon fast überall Ferien in Deutschland. Bei uns noch nicht ganz, aber für uns gibt es ja das Wochenende. Da könnt ihr ruhig mal reingehen. Jawohl, ja. Dann Kino, News und Trailer. Gab es da nicht mal hier irgendwie so ein... Na, News. Nehme ich News. News. Dann mache ich auch die News mal zuerst. Ähm, was gestern durch den Blätterwald ging. Alec Baldwin, der hat ja immer noch diesen Prozess am Hals wegen diesem Schuss, der sich gelöst hat bei dem Set von Rust, von dem Film. Und da ist gestern eine Entscheidung gefällt worden. Und ich habe mich da mal so ein bisschen reingenördet, weil ich das ein bisschen absurd fand, dass das eingestellt wurde. Und zwar, es wurde eingestellt, das Verfahren... Er ist quasi ein freier Mann, ja, solange bis nicht ein neues Verfahren angestrengt wird. Ähm, der Prozess ist eingestellt worden, weil es wurden scharfe Munition am Set gefunden. Und diese Beweismittel wurden aber nicht, äh, nicht katalogisiert, dass die Verteidigung, die hätte, ähm, bewerten können oder selber Analysen anstellen können damit. Das war die, das war der Grund. Das war quasi ein Verfahrensfehler. Also es wurde scharfe Munition gefunden, was eigentlich, ja, eigentlich für eine, für einen Schuldspruch gesprochen hätte, ja. Aber dadurch, dass es nicht eingereicht wurde, äh, als Beweismittel und damit auch der Verteidigung zur Verfügung steht, um das prüfen zu lassen von Gutachtern, ist total absurd, oder? Definitiv, ja, aber ich meine, kann er was für wirklich, dass da so ein Scheiß da war oder was weiß ich, was weiß ich nicht. Den Prozess konnte man im Livestream verfolgen. Und, ähm, ich habe natürlich nicht den ganzen Prozess verfolgt, weil er ist teilweise sehr langweilig. Ich habe zwar mal reingeschaltet. Es gibt aber im Internet Zusammenschnitte, wo man sich so die wichtigsten Sachen mal anschauen kann. Was natürlich auch ein bisschen Bias ist, okay, gebe ich zu. Aber ich habe mir dann auch so ein paar Sachen angeschaut, auch von neutralen Quellen, sage ich mal, von Nachrichtenseiten in den USA. Ja, und da wurde halt zum Beispiel auch, es wurden, es wurden quasi die Videos gezeigt, jetzt im Livestream nur bis zu dem Punkt, wo sich der Schuss löst. Ja, ähm, weil die, wie die Kameramann, äh, Kamerafrau stirbt, das hat man natürlich jetzt dann nicht im Livestream gezeigt, das wurde aber im Saal gezeigt. Ja, und das wurde dann im Livestream so weggeblurrt. Und da wurden einfach von ihm auch unheimlich viele Fehler gemacht. Also du darfst zum Beispiel bei so einer, wenn du so eine Waffe hast und bekommst sie in der Hand, äh, du kennst ja diese Western-Revolver, ja. Ja, ähm, du solltest auf jeden Fall nicht den Hahn spannen, einfach so, ja, oder einfach so den Abzug drücken, ja, einfach so just for fun, klick, 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 ja. Sondern wenn du die Szene, äh, wenn du das Rehearsal machst, die Übung, ja, die, 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 die Probe, ja, dann, dann klickst du ja nicht den Abzug durch, das, das machst du ja nicht. Also dann legst du den Finger, das haben wir schon damals bei der Bundeswehr, ja, wenn wir da irgendwas, da war noch nicht mal ein Magazin in der Waffe drin bei uns, wenn wir da geübt haben, dann solltest du den Finger daneben legen auf diese, auf dieses Teil, was da um den Abzug rumgeht, damit du gar nicht erst an den Abzug irgendwie rankommst, ja. Und der hat halt wirklich das Ding genommen, den Hahn gespannt, wie wenn, äh, wirklich hier im Western jemand schießen will, ne, und hat halt durchgedrückt. Und das machst du halt nicht bei einer, bei so einem Rehearsal. Du kriegst dann irgendwann die Waffe in die Hand, da wird gesagt, hier, das, äh, das ist sie jetzt, aber du, also da waren so viele Fehler drin, er hat sie auch einfach genommen, weil die da irgendwo lag, du kannst das alles anschauen, gibt so Zusammenschnitte, ähm, von den Momenten vorher. Die ist ihm quasi nicht übergeben worden, sondern die, 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 die lag da halt so, und da hat er gesagt, ja, ich stelle mir das so, ähm, ja. Also, ich, ich würde, ich würde nicht sagen, dass er 100 Prozent Schuld hat, aber ganz unschuldig ist er auch nicht, weil es war halt einfach ein Unfall und, ähm, das muss halt einfach das, äh, das Gericht dann wirklich nach Analyse aller Daten und in den USA gibt es ja immer noch Geschworenen, die das dann entscheiden müssen, ähm, aber es sollte auf jeden Fall meines Erachtens nicht einfach nur eingestellt werden, das Verfahren wegen einem Verfahrensfehler. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ja, auf jeden Fall finde ich es krass, dass, weil scharfe Munition sichergestellt wurde am, 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 am Ort des Geschehens, das Verfahren eingestellt wird, was eigentlich ein Beweis dafür wäre, dass es, naja, ja. Ja, aber es ist halt, hm, Verfahrensfehler, ja. Ja, keine Ahnung, ja, ja, deswegen, aber ja, mein Gott, das ist, wenn ich noch einen guten Zusammenschnitt finde, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das überall war, ich hab da ein bisschen, bin da in diesem Rabbit Hole gefallen, dann wäre ich es mitverlegen. Ja, aber jetzt mal, jetzt mal auch nochmal, ganz ehrlich, weißt du, wenn, wenn, hier, ähm, Alec Baldwin, ja, ist ja jetzt kein Unbekannter. Mhm. Und, warum sollte der auf einem Set irgendeiner erschießen? Nein, das war ja nicht mit Absicht. Ja, 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 klar. Das war einfach ein Unfall, aber, es gibt Sicherheitsvorschriften, wir haben bei uns in der Firma auch Sicherheitsvorschriften, ich darf auch nicht auf den Drehstuhl steigen, um eine Blühbirne zu wechseln. Ja, vollkommen zu Recht, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber, aber, sorry, also, das, dafür gibt es Leute außenrum, die das auch regeln müssen. Ja. Also, wenn du ihm das Requisit quasi hinlegst oder in die Hand gibst, also, sorry, das, ja. Ja, schwierig, muss Gericht entscheiden, ähm, ich finde nur, das ist halt ein Unfall, wo ihm eine gewisse Mitschuld zu geben ist, also, das, was ich bis jetzt gesehen habe, hatte eine deutliche Mitschuld, weil er einfach Sicherheitssachen verletzt hat, ähm. Wenn, deswegen. Dann, okay, dann brauchen wir nicht weiterreden, weil dann ist klar, also. Aber es sollte auf jeden Fall nicht eingestellt werden, wegen Verfahrensfehler, ich hoffe, das wird nochmal neu angestrengt, ähm. Gut, äh, kommen wir mal zu den Trailern, ähm, so die zwei wichtigsten, die ich jetzt verlinkt habe auf kinocast.net, dürft ihr gerne mal einen Blick reinwerfen. Also, der eine, der kam Anfang der Woche, der Gladiator 2 Trailer mit Pedro Pascal in einer der Hauptrollen. Das ist der Weg. Natürlich, äh, Ridley Scott dreht ihn wieder, hm. Ähm, mal gucken, ähm, wie, wie hat einer so schön geschrieben, hab ich irgendwo gelesen auf, auf Twitter, wo das dann, wo der rauskam, hat er geschrieben, ja, äh, Ridley, äh, Ridley Scott makes a movie, God flips a coin. Nein, also, äh, entweder, Ridley Scott macht ein Meisterwerk, oder es wird echt nicht gut, siehe Prometheus oder so. Ähm, schauen wir mal, was uns hier erwartet, ähm, ich sag mal so, die Fortsetzung von Ridley Scott haben mich bisher nie umgehauen, siehe das Alien Prometheus, ähm, mal gucken, wie es bei Gladiator 2 wird, ähm, mal schauen. Der Trailer sieht schon mal echt okay aus, also ich fand ihn schon okay, gut gemacht. Dann, einer, äh, neuer Trailer, der kam, zwölfter, kam vorgestern raus, Captain America, Brave New World, wir haben ja die, wir haben ja die Serie geschaut gehabt und am Ende der Serie hieß es ja, okay, das wird kommen, ich glaub, da war, gab's da nicht sogar einen kleinen Teaser oder so, ich kann mich kaum noch erinnern. Auf jeden Fall gibt's jetzt, äh, schon ein bisschen mehr zu sehen, das heißt zwar offizieller Teaser, aber es ist schon gefühlt ein Trailer und ich hab, ähm, da drunter jetzt auch mal eine kleine Abstimmung, gemacht unter den Trailer. Wollt ihr den Film sehen? Ja, mal schauen oder nein? Jetzt gucke ich hier mal. Ja, 80 Prozent, mal schauen 20 Prozent und nein, null. Natürlich. Bis jetzt. Ihr dürft da gerne abstimmen, nachdem ihr den Trailer mal angeguckt habt. Ähm, ich denke mal für Marvel-Fans kann das, oh, warte mal, jetzt geht hier den Ton los. Ähm, da spielt auch Giancarlo Esposito mit, den man ja kennt zum Beispiel aus, welcher Far Cry war das? Far Cry 5 oder so, die Games-Fans und der hat ja auch in diversen anderen Rollen schon mitgespielt. Liv Tyler mit dabei, Harrison Ford dabei, hey, Harrison Ford und ich glaube... Als Präsident und sowas, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber schaut mal bitte alle diesen, diesen Trailer, den ich verlinkt hab. Da gibt's ne, ne Post-Credit-Scene, sag ich mal, bei Minute 1, warte, es läuft gerade 1,52, 1,51. Bei 1,51 müsst ihr mal ne Pause machen, weil da seht ihr einen roten Hulk. Ja, Red Hulk. Und ich bin mir nicht ganz sicher, also es gibt da so ne, so ne hundertste Sekunde, wenn ihr da genau den Trailer stoppt und das Gesicht von dem roten Hulk anguckt, ich glaube, Harrison Ford zu erkennen. Ihr dürft's gerne als Kommentar schreiben, kinocast.net, ihr wisst Bescheid, unter den Trailer einfach, das wär cool. Dann würden sie aber schon ein bisschen abweichen, glaub ich. Na und? Ja, ich mein nur. Ich sag ja nur, es ist ne hundertstel Sekunde oder so. Red Hulk ist nämlich eigentlich General Ross. Ja, also man muss da wirklich ganz genau im richtigen Moment stoppen und es sah... Aber du hast recht, ja. Also du hast es geschafft gerade, ich musste da zigmal probieren. Nein, ich hab's einfach jetzt gegoogelt. Ach so. Ach, der feine Herr. Ja, weißt du, die jungen Leute von heute können das Internet bedienen. Ach so, stimmt, ja. Was ist dieses Internet? Ich muss hier mein Modem, mich einwählen immer. Naja, was steht das schon da, dass Harrison Ford Red Hulk ist oder was? Disney hat unendlich hochhoffiziell Red Hulk enthüllt, der ebenfalls von Harrison Ford gespielt wird. Ach, ich hätt googeln sollen. Okay. Ähm, naja. Kommen wir mal zu den Serien. Da hab ich auch noch was mit Harrison Ford im Angebot für euch. Serien. 1923 die Serie. Und zwar... Dein Geburts ja. Eben, fast. 1920. Nee, ähm... Es gibt... Paramount Plus gibt es viele Serien, von denen ich noch nie gehört hab, hab ich festgestellt. Und ich bin irgendwie drauf gestoßen, weil Taylor Sheridan hier Regie geführt hat. Und den kennen wir ja aus der Sneak Preview. Kannst du dich noch erinnern? Dunkel. Ein paar Filme, die wir gefeiert haben. Ich komm grad nicht auf den einen. Warte mal, lass mal kurz gucken. Wind River. Wind River. Sicario hat er geschrieben. Wind Yellowstone, die Serie hat er auch gemacht. Die kenn ich. Welche Serie? Yellowstone. Die hast du gesehen? Ich nehm mich noch nicht. Ein Teil von Kate hat die auf jeden Fall gesehen. Ich nehm mich noch nicht. Also ich hab da mal reingeguckt, ja. Okay. Ähm... Und ich bin mir auch nicht ganz sicher. Es gibt ja eine Serie 1883. Dann gibt's die Serie 1923. Dann gibt's Yellowstone. Und da hängt er ja überall drin. Und ich weiß nicht, was die miteinander zu tun haben, ehrlich gesagt. Ich hab jetzt nur mal bei 1923 angefangen, weil mir da eben das, äh, der Harrison Ford und so weiter hat mich, ja, das, das Teaserbild hat mich angetan. Und ich hab gedacht, ja, ich guck da mal rein. Worum geht's? Äh, es sind, glaub ich, so drei parallele Geschichten, die so ein bisschen erzählt werden. Zumindest zwei auf jeden Fall. Und zwar geht's um so einen Familienpatriarchen Jacob Dutton, der eben wahrscheinlich in 1923 in Montana lebt und eine große Farm hat. Seine Ehefrau ist Helen Mirren. Und die hat am Anfang eine ganz, ganz starke Szene. Und es ist ja auch mittlerweile bei mir so, ich gucke ja öfters mal bei Serien rein und sag dann, ach, die hat mich überhaupt nicht gerissen, die Serie. Und, äh, hier ist halt so, die erste Szene. Ich hab reingeguckt, ich hab gedacht, ja, mal gucken, was das ist. Die erste Szene kommt und ich war hooked. Also da ist, die erste Szene, die haut so rein, wo man sagt, okay, das ist, oh, das, das ist irgendwie gut. Ich muss hier weitergucken. Und das ist ganz, ganz selten bei mir. Und deswegen hab ich tatsächlich schon fast die, die Hälfte der, der ersten Staffel hier geguckt und, ähm, bin extrem angetan. Also wir sehen einmal die, eben dieses Farmleben, was er da so für Probleme ist, auch irgendwo in dieser, in dieser Region, ähm, ist er auch so ein Sheriff, glaube ich, ähm, oder irgend so ein, hat er irgend so eine, so eine Rolle da. Ich bring's jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, was er da ist und kann da halt auch so eine Art Recht sprechen. Und, ähm, da geht's eben darum, dass so Schafhirten, ich nehm mal an, die sind so irischstämmig, weil die haben alle so rote Haare und auch so vom, von ihrem Dialekt ist so ein bisschen in der Richtung, ähm, die treiben ihre Schafe gern einfach so über Weiden, die ihnen auch teilweise nicht gehören. Also man fängt da schon an, so ein bisschen sich zu separieren. Und Harrison Ford und seine ganzen Leute, die sind halt Rinderhürden und die Schafe fressen halt echt viel Gras weg und werden halt einfach so durchgetrieben und fressen halt den, den Rindern das Gras weg und da gibt's halt Ärger und deswegen umzäunen die Rinderhürden ihre, ihre Anwesen und die Schafhirden, äh, knipsen halt den Draht durch und treiben ihre Schafe da rein. Das kann halt so nicht weitergehen und es wird halt die Entscheidung gefällt, dass die Schafhirden das nicht mehr betreten dürfen. Allerdings sieht man dann gleich, die scheren sich dann direkt drum und dann gibt's halt ganz schön Beef bei so einer Szene, wo die, wo die sich dann gegenseitig dann erwischen und, ähm, das ist so die, die eine Storylinie. Die zweite Storylinie ist von einer jungen Native American, ähm, also im Film wird's immer Indianer genannt, äh, deswegen wäre ich's jetzt hier auch mal diesen schlechten Begriff vielleicht aus Versehen manchmal verwenden, ähm, die ist in einer Art Internat untergebracht, in einem christlichen Internat und dort soll auf keinen Fall die Sprache der, der Native American gesprochen werden und, ähm, wird dann immer ganz schlimm mit Prügelstrafe und mit allem Möglichen, also es ist wirklich ganz, ganz übel, was da so abgeht und, ja, wir erfahren die Geschichte und auch parallel noch die Geschichte von ihrer Mutter, die auf der Suche nach ihr ist, ähm, weil sie ja einfach dann irgendwann mal weggenommen wurde und dort untergebracht wurde und sie will eine richterliche Anordnung erwirken, dass, äh, dass sie eben ihre Tochter wiederbekommt und das ist alles nicht so einfach. Und die dritte Geschichte ist von einem der Söhne von, von Harrison Ford, der in Europa ist und der war schon zur Zeit vom Ersten Weltkrieg in Europa, das sieht man auch in einigen Szenen, was er da so erlebt hat und ist dann in Afrika als Art, ja, nicht groß will, Weltjäger, sondern er, in der damaligen Zeit war es irgendwie so, man, äh, die, die, ja, viele haben angefangen zu reisen durch die Welt, gerade viele Engländer, die wollten halt die, äh, mal Afrika, ja, kennenlernen und sind irgendwelche Zeltstädte, die da irgendwo in der Mitte waren, die sind halt immer mal angegriffen worden von irgendwelchen wilden Tieren und er wird dann halt gerufen, diese wilden Tiere dann zu jagen oder das wurde auch in, in Afrika dann so Eisenbahnlinien gebaut und da wurden halt Leute attackiert von den Bauleuten und dann wird er auch gerufen und da lernt er halt auch eine junge Frau kennen, die eigentlich so Titanic-mäßig schon jemandem versprochen ist und die aber dann lieber mit ihm mitgeht, weil das mehr Abenteuer verspricht und, ähm, was die dann so erleben, das kommt auch noch dazu. Wie gesagt, die, die Serie, die ist unheimlich gut geschrieben. Die ist so gut geschrieben und so gut gespielt, auch in allen verschiedenen, ähm, Ebenen, die da erzählt werden, allen verschiedenen Layers, äh, die, die die Serie hat. Ich weiß noch nicht ganz genau, worauf es hinausläuft, ob dann alle drei Storylinien irgendwie mal zusammenkommen, dass der Sohn vielleicht irgendwann nach Hause kommt, das könnte natürlich sein, aber wie jetzt diese Native American, diese junge Frau damit zu tun hat, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, ähm, aber ich finde es so gut geschrieben, es ist halt wieder Taylor Sheridan, äh, ich mag diese, ähm, diese, diese ruhige Art, die er so erzählt, wo, wo die Personen im Vordergrund stehen und die, die Geschichten, die die Personen erzählen und nicht so sehr, ähm, irgendwelche, ja, ganz wilde Sachen. Es hat mich zeitweise fast ein bisschen an die Erzählweise von Game of Thrones erinnert, gerade so mit diesem Familienpatriarchen, was der so durchsetzt und so und ich finde es richtig gut, also kann man sich mal anschauen, 1923 auf Paramount Plus und vielleicht auch wo anders, ich weiß nicht, aber Paramount Plus auf jeden Fall. Wenn du ja Lust und geguckt hast, hat es dir gefallen und willst da vielleicht hier mal reingucken oder? Ich bin nicht dran geblieben, ich glaube, ich habe eine, anderthalb Folgen oder sowas gesehen, deswegen, weiß nicht. Ich habe, ich habe jetzt eine andere Serie angefangen, ich mache, das war die fertig. Ja, vielleicht ist auch jemand von den geschätzten HörerInnen da draußen, der mir mal sagen kann, wie diese Serien zusammenhängen oder ob sie zusammenhängen, 1883, Yellowstone und 1923. Ist vielleicht 1883 der Vorgänger von, oder gucke ich es in der richtigen Reihenfolge überhaupt? Muss ich erst vielleicht 1883 gucken, bevor ich 1923 gucke? Ich weiß es nicht. Sag es mir, wenn ich einen Fehler mache oder was ich unbedingt schauen sollte. Auf jeden Fall, was ich weiß, Yellowstone ist ja mit Kevin Costner und der hat ja gerade in den USA seinen, ähm, seinen Kinofilm am Start, der gerade ziemlich floppt. Äh, der ist hier, ich gucke gerade hier, ich habe immer noch die, nee, Horizon ist noch drin, Horizon and American Saga Chapter One ist immer noch im Kino in Washington, wo ich immer die Seite hier in meinem Shortcuts habe. Ähm, tja, vielleicht hängt das alles irgendwie zusammen, vielleicht auch nicht. Dann habe ich eine Serie geschaut, Netflix, da konnte man ja kaum entgehen, irgendwie gefühlt, das wurde, wurde ja zugeballert mit Werbung. Du auch, oder? Kriegt ja jeder. Ja. Diese Kaulitz und Kaulitz Serie, genauso habe ich auch gedacht, weil ich dachte, ja, diese zwei hier, ich kannte die natürlich von The Voice, wo die da als Jurorin waren und, oder war es Voice Kids? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, früher hatte ich mit denen, also ich habe, ich habe da, die Musik war mir nix. Also das, äh, das war nicht so meins, was die da gemacht haben und ich habe die mehr oder weniger nicht mitbekommen. Ich habe natürlich gemerkt, dass da ein riesen Hype war in Deutschland, äh, über Tokyo Hotel und auch weltweit und habe da so ein bisschen mit, habe so ein bisschen, ja, ich habe ganz andere Musik gehört zu der Zeit und war nicht meins. Hm, und deswegen, ich habe aber Positives gehört über die Serie und habe dann doch mal reingeschaut und ich muss sagen, die Serie ist echt gut. Also es ist so eine Art, ähm, ja, Reality-Serie, so ein bisschen wie die Kardashians, aber was bei den Kardashians war ja so, ja, wer sind die, was machen die, warum soll mich das interessieren? Also zumindest uns hier in Deutschland, während in den USA war das ja wirklich the shit, das lief ja jahrelang und, äh, daraus sind ja so viele Karrieren entstanden und hier die zwei, ähm, ja, das, das hat so diese, diese, diese Vibes, äh, es sind halt wirklich diese zwei Typen, es wird halt viel auch von der Vergangenheit mit erzählt, wie das damals war und die machen einen erstaunlich bodenständigen Eindruck mittlerweile, weil die erzählen halt auch, ja, damals so berühmt gewesen, die konnten halt, die hatten ja halt überhaupt keine Jugend, das fing halt irgendwo an, als sie, als sie 16 waren oder sowas und dann, ab dann waren die in so einer Bubble drin, dass sie nur noch beschützt werden mussten, weil sie konnten nicht vor die Tür gehen, sie haben natürlich auch mit ihrem exzentrischen Äußeren, äh, hat sie ja jeder gleich erkannt und so und da gab's dann auch Einbrüche da in ihre Wohnung, weil irgendwelche Fans irgendwas, Tuchfühlung haben wollten und sonst was und deswegen sind sie ja dann, haben sie alle Brücken abgebrochen und sind nach Amerika gegangen, nach Los Angeles und das war mir gar nicht so richtig bewusst, ähm, als das damals passiert, hat mich halt damals nicht interessiert, aber ich find's halt völlig nachvollziehbar und auch eine erstaunlich reife Entscheidung für die zwei in dem Alter, ähm, weil offensichtlich wurde denen das nicht von anderer Stelle nahegelegt, sondern die haben beide die Entscheidung halt so getroffen und dann ist ja, äh, äh, ist ja mit, hier, der eine ist ja mit, äh, Heidi Klum zusammengekommen und so weiter, wo man auch denkt so, hä, was soll das, aber es wird so richtig gut dargestellt auch und macht alles Sinn und ja, man sieht die zwei, wie sie halt irgendwie in L.A. leben und es ist halt auch immer so ein bisschen, es hat jedes Mal so ein bisschen ein kleines Thema, diese, diese Folgen in der einen Folge, da räumen sie zum Beispiel, äh, sie haben damals, als sie nach Amerika gekommen sind, haben sie jede Menge Scheiß mitgebracht und das haben sie erstmal in so einen Storage Room eingelagert und da gucken sie da mal durch, weil sie ein bisschen mit ihrer Vergangenheit aufräumen wollen, dann organisieren sie ihre gemeinsame Geburtstagsparty, die sind ja Zwillinge und so und, äh, alles und so sagen, es ist wirklich echt amüsant, cool gemacht und es ist verdammt gut gedreht, es ist wirklich gut gedreht und gut geschnitten, es macht wirklich Spaß, das Ding zu schauen, es ist jetzt nicht so ein hingerotzter Reality-Scheiß, äh, wo man sich fragt, oh Gott, wer hat denn da mit der Kamera gedreht hier, wer hat denn da den Schnitt gemacht oder irgendwas, sondern hier passt alles gut zusammen, die, die Musik ist, ist gut ausgewählt, die da kommt, ähm, es ist jetzt nicht Tokio Hotel Musik, muss man dazu sagen, sondern ganz allgemeine Sachen, ähm, es macht wirklich Spaß, die zwei sind lustig zu beobachten und die, das geht ja auch extrem durch die Decke, die Serie, ähm, ich würde mich wenig wundern, wenn es da eine weitere Staffel gibt und das könnten die deutschen Kardashians werden, ähm, allerdings mit weniger Skandalen und weniger Scheiß außenrum, haben, sondern es ist wirklich eine, eine straight erzählte, lustige, amüsante Geschichte von zwei Typen, zwei Deutschen, die in L.A., in Hollywood leben und alle möglichen Leute treffen und dahin gehen und dorthin gehen und es hat mich sowas von positiv überrascht, das hätte ich nicht gedacht. Netflix hat auch gesagt, ähm, das könnte dir gefallen, irgendwie, so waren so zwei Daumen nach oben, da war ja so ein kleines Symbol drin, ich weiß noch nicht, wieso Netflix auf die Idee kommt, dass mir das gefallen könnte, weil ich hab sonst, glaub ich, kein Reality-TV geguckt, aber Netflix hatte zumindest mal recht, also die AI, ähm, ja, hatte recht gehabt, ich weiß es trotzdem nicht, ich glaub, du wirst trotzdem vielleicht nicht reingucken, aber vielleicht gibst du doch mal eine Chance, ähm, mal die erste Folge reinzuschauen, ähm, dass du zumindest mal weißt, wie das gedreht ist und was da so gemacht wird und Ja, vielleicht. Da ist es wirklich amüsant, das ist ja so Häppchen, die man wegsnacken kann und das ist echt cool gemacht. Ja, von mir, kleine Empfehlung, Kaulitz und Kaulitz, kann man mal schauen. Hätte ich, glaub ich, auch sehr gut schauen können, als ich hier halb im Delirium krank auf der Couch lag, das hab ich bloß da noch nicht entdeckt gehabt. Wäre gut gegangen, kann man so schön nebenbei rauschen, vorbeirauschen lassen, so gute Laune. Wenn, wenn, äh, Bill, Tom, nee, Entschuldigung, Tom, Bill ein Waffeleisen schenkt und sie beiden zum ersten Mal versuchen, Waffeln selber zu machen und so, das ist schon echt lustig und dann sind sie ja nach einer langen Tour aus Deutschland erstmal wiedergekommen und Bill ist dann in seinem Haus und guckt dann so seinen Schrank mit Backwaren durch, mit Zeug und das ist alles schon seit Jahren verfallen und so und dann überlegen sie, ob sie das noch nehmen können, was schon zwei Jahre verfallen ist und so. Ja, echt cool. So, das war mein Serientipp für Netflix, wer das hat und wenn ich es richtig mitbekommen habe, nehmen wir am Dienstag auch mal wieder Fortsetzung folgt auf, da gibt es natürlich auch ein paar neue Serien auf die Ohren. Dürft ihr dann auch gerne mal abonnieren, Fortsetzung folgt und jetzt habe ich noch ein paar Serien Neustarts. Neustart Nr. 1 würde ich sagen, Lady in the Lake. Was klopft denn hier? Keine Ahnung. Hört man das in der Aufnahme? Ne. Ich höre nichts. Okay, na dann geht es ja, vielleicht ist es nur in meinem Kopf. Lady in the Lake startet am 19. Juli auf Apple TV Plus. Da geht es um das Verschwinden eines jungen Mädchens an Thanksgiving 1966 in Baltimore und da kreuzen sich die Wege zweier sehr unterschiedlicher Frauen, nämlich einmal Maddie, gespielt von Natalie Portman, eine Hausfrau mit geheimnisvoller Vergangenheit, die ein neues Leben als Journalistin beginnen will und Cleo Sherwood, gespielt von Moses Ingram, die sich als politische Aktivistin für Baltimore's Black Community einsetzt und als Mutter gleichzeitig darum ringt, ihre Familie zu ernähren. Als Maddie immer tiefer in die mysteriösen Umstände von Cleos Tod eindringt, tun sich bedrohliche Abgründe auf. 19. Juli startet das. Apple TV Plus. Weil wir vorhin Gladiator 2 hatten. Es startet eine Serie auf Prime Video, Amazon Prime Video, Those About to Die, mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle, der, bin mir nicht ganz sicher, spielt da Nero oder irgendwie einen, einen der, steht das hier irgendwo? Ne, steht nicht da. Anthony Hopkins, aber steht nicht da. Ach doch, hier, der spielt Kaiser Vespasian, genau, und das, äh, dann spielt noch mit Ivan Rayon von Game of Thrones, ähm, wen haben wir da noch? Äh, irgendjemand dabei, den wir kennen, noch jemand von Game of Thrones, Jojo Makari von Sex Education, war ja auch ziemlicher Erfolg, ähm, naja, und das geht auch so um den, äh, im Römischen Reich, starker Zustrom von Sklavenarbeitern und wie dann halt versucht Vespasian, dass alles im Griff zu halten und dann dieses Brot-und-Spiele-Thema, ähm, wo dann halt Leute dann in der Arena kämpfen müssen, gibt's auf Prime Video, ist, glaube ich, so ein bisschen untergegangen, ähm, hat man nicht viel davon gehört, aber Anthony Hopkins ist, glaube ich, immer mal ein Klick wert, könnte gut sein, ähm, ein, eine Serie, ähm, wo ich schon Werbung dafür bekommen habe, die auf Apple TV läuft, ist, ähm, ich bin Ben, Original-Titel ist nur Me, der zwölfjährige Ben kämpft mit typischen Herausforderungen der Mittelschule, einschließlich Mobbing, Schwärmereien und Schulbällen, zusätzlich muss er sich an seine neu zusammengestellte Familie gewöhnen, als ob das nicht genug wäre, entdeckt Ben plötzlich, dass er Superkräfte besitzt, Ben begibt sich auf die Reise zur Selbstfindung und er erkundet die wahre Bedeutung seiner Superkräfte, ja. Das war auch immer ganz nett, sowas, oder? Äh, ja, wir haben ja nicht genügend Superkräfte-Filme und so. Stimmt, aber wenn's gut ist, nehmen wir's gerne. Dann neue Staffeln gibt's von Resident Alien auf Sci-Fi, kommt die dritte Staffel, sehr lustiges Ding, ähm, dann, warte mal, da war irgendwas, was ich dir empfehlen wollte, wo ich wusste, hä, welches war das jetzt? Hm. Hm. Nee, ich find's nicht. Irgendwas war ich, war, kommt eine neue Staffel von irgendwas, ach hier, genau, Cobra Kai auf Netflix, Staffel 6 ab 18. Juli. Das guckst du doch. Ja, ähm, hab ich die letzte Staffel schon nicht geguckt, also von dem her. Oh, okay. Hm. Naja. Gut, das waren die Serien Neustarts der Woche und kriegen wir noch einen Musik-Tipp zusammen, oder? Ähm, ich denke nicht. Fly Me To The Moon. Ich setz einfach mal Fly Me To The Moon drauf, ja, für uns beide. Okay. Fly Me To The Moon. 2008 Remastered von Frank Sinatra. Kommt auf unsere Playlist, die da heißt Kinocast Songs, ist jetzt eben drauf erschienen, jetzt live, könnt ihr gerne abonnieren, Kinocast Songs. Und wenn ihr bei Spotify seid, könnt ihr auch gleich vorbeigehen an der Podcast-Playlist, die heißt der Kinocast. Da dürft ihr gerne mal eine Bewertung da lassen. Das wär cool. Haben schon 16 Leute getan. Ja. Fehlen noch ein paar Fünf-Sterne-Wertungen, glaub ich. Weil der Schnitt ist nicht 5,0. Was soll das, Leute? Also, geht da mal vorbei. Ähm, genau. Wertet da mal. Ich selber kann gar nicht werten, weil es ja mein Podcast ist hier. Ähm, dann denke ich mal, wir hören uns nächste Woche wieder mit neuen Filmen, die wir in der nächsten Woche dann gesehen haben. Wir haben auch wieder so eine E-Mail bekommen von diesem Tiberius-Film, wo so Screener Links drin sind. Da sind wirklich Perlen der Lichtspielkunst dabei. Äh, wir wissen gar nicht, welche uns wirklich am allerbesten gefällt, um den zu schauen. Aber, ja, mal gucken, ob wir davon was schauen. Auf jeden Fall, unsere Kontaktperson hat's mit Humor genommen. Ähm, unsere Kritiken, die wir da hatten, ähm, ja. Mal schauen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinocast. Bis bald im in Knobbu. Bis bald im probably drittsjand. Vielen Dank.